hallo ihr lieben herzlich willkommen zurück es ist freitag anfang des wochenendes ja und die meeple show geht wieder mal online die zwei wochen sind schon wieder rum wie im flug da habe ich eben mal das spiel abgeräumt egal wie im flug sind sie rum und ich bin wieder zurück und ich kann es kaum glauben es ist schon die fünfzehnte folge ja ist es war dafür habe ich mich heute extra rasiert nicht fein angezogen nicht in zwirn geladen aber ich kann euch gleich schon versprechen im aktuellen thema und auch im feedback werde ich heute ganz persönlich werden warum ja einfach schlichtweg wert mountain ein zuschauer hat sich das gewünscht und natürlich es ist ja eure show also was wir machen hier zusammen entscheidet unter anderem ihr und wert mountain du bestimmst was heute passiert hier irgendwie ist das war ja nichtsdestotrotz ich würde sagen als allererstes wie immer trommelwirbel für meine geliebten koos und wie immer beginnt jörg die große show hier die show aller leute danach kommen die weekly kickstarter news und dann komme ich auch schon gleich wieder zurück bis gleich dann seht ihr mich wieder alles gute hallo liebe zuschauer hallo nils ich möchte euch heute scotland yard vorstellen das ist nicht dein ernst jörg oder doch das ist mein voller ernst allerdings möchte ich euch das kartenspiel vorstellen und anhand den autoren wird man schon merken es ist nicht das typische scotland yards hat durchaus seine kniffe nämlich ist von den autoren inka und marcus brandt ist für drei bis fünf spieler ab neun jahre 20 minuten spielzeit es hat durchaus besondere kniffe spielt sich ähnlich wie scotland yard hat allerdings so ein aktionsmechanismus mit schwarz-sand-peter-mechanismus der richtig schön und richtig spaß ist und gerade bei vier fünf spieler meisten spaß macht zumindest aus meiner erfahrung heraus in aller kürze das wesentlichen ausführliches video gibt es ja auch auf unserer seite man sieht hier die auslage jeder hat acht karten ein spieler hat die mister x karte auf der hand das ist dann diese karte ich habe es jetzt einfach bei mir hier drin und man sieht hier die restlichen karten das sind zahlenkarten bus tickets wie man es aus dem normalen brettspiel auch kennt bin ich am zug muss ich eine karte hier ausspielen und zwar muss ich schauen dass die karte wenn ich sie hier ausspielt größer als drei ist allerdings maximal die 13 ist also sie muss dazwischen liegen bei dem nächsten ist genauso und bei dem dritten wenn ich da eine karte ausspielen muss sie höher als 16 sein spiele ich die karte aus für die oben genannte aktion durch das heißt ich ziehe karten ich durch suche karten von einem mitspieler und oute ihn vielleicht als mister x oder ich ziehe karten und hoffe natürlich die karte mister x beim mitspieler zu ziehen weil dann haben die detektive gewonnen mister x will natürlich dass das deck an karten schrumpft dass die detektive kaum noch karten haben und vielleicht auch dass dieser kartenstabe zur neige geht und vielleicht spielt er auch mit hilfe des black tickets aktion aus die ihm helfen zum beispiel hier wenn er hier karten ausspielen müssen die detektive karten abwerfen er kann allerdings auch wenn er natürlich auch die entsprechende zahlen hat vier karten aufnehmen vom stapel das heißt es wird schwieriger für detektive die jeweilige zahl zu ziehen oder und da kommen wir zum schwarzen peter element jeder spieler nimmt eine seiner karten die werden einfach verdeckt gelegt gemischt und jeder spieler bekommt die karte naja das denkt man natürlich klar da mischte jörg natürlich seine mister x karte hinein damit er der mister x losgeworden ist nein so ist es in dem spiel nämlich nicht unbedingt mister x wird zu dem jeweiligen zeitpunkt gut überlegen ob er die mister x karte behält und einfach eine andere zahlenkarte hat und die anderen an der schwarzen nase herumführt oder in dem fall dann sagt okay wer wisse ab wer wisse nicht ab also er wird einfach überlegen wie die chancen stehen zum jeweiligen zeitpunkt ob mister x eher die chance hat das spiel zu gewinnen oder detektive und wird dann entscheiden die x karte reinzulegen das in aller kürze und ist ein spiel was durchaus gut funktioniert was mich positiv überrascht hat es ist ein kein hype spielen absoluter klassiker wo man sagt wow scotland yard kartenspiel wo ich das gesagt habe in meinen spielrunden saßen auch viele spieler in taschen die haben gesagt das ist nicht dein ernst oder doch das war mein ernst und den spielern hat es gefallen zwar nicht jedem allerdings waren sie auch nicht abgetan vom spiel und so ein klassiker stelle ich natürlich auch gerne vor ein kartenspiel was man sich auch durchaus mal anschauen sollte ich denke das war es jetzt genug mehr als drei minuten nils zurück zu dir bzw zu den anderen bis denn herzlich willkommen liebe miepelinnen und miepels ich begrüße euch recht herzlich zu der besondere ausgabe der mietbild show vielen dank lieber nils dass wir auch diese woche wieder dabei sein dürfen und wir präsentieren euch heute fantasy defense von sweet lemon publishing was erwartet euch hier nun ja wir schlüpfen in die rolle von entweder einem oder zwei klassisch typischen fantasy völkern sprich den menschen das klassische fantasy volk denke ich mir jeden tag und den elfen das schöne daran ist wir können jetzt das entweder alleine als solidärspiel oder zu zweit im kooperationsmodus spielen wir bemannen nämlich im laufe des spiels zug um zug die turmmauern unserer zitadelle und müssen diese so effektiv wie möglich verteidigen gegen die anströmenden org und drachen horde das schöne ist dabei dass wir unsere krieger karten mit einem entsprechenden zahlen kampf wert vor die entsprechende burgmauer legen und dann muss einfach der wert des gegners der diese burgmauer stürmen will geschlagen werden das schöne ist dass die karten synergie effekte haben sich gegenseitig ein bisschen boosten und dass man mit einfachen bewegungen sprich an ein angrenzendes türmchen auch hier strategische möglichkeiten geboten bekommt das schöne ist auch dass in dem kooperativ modus man nicht nur nebeneinander her spielt sondern auch einzelne karten tauschen kann und sich gegenseitig mit den zaubern und magie karten unterstützen darf gefundet ist das spielchen auf jeden fall schon wer genauer drauf schauen will dem sei unsere review ans herz gelegt die gibt es bei uns auf dem youtube kanal ansonsten gefundet ist es schon habe ich gerade gesagt glaube ich genau 24 euro dollar euro euro diese währung immer wird zeit für eine weltwährung ok 24 dollar plus versand gibt es hier zu verlieren um einen super kleinen kooperations kartenspiel knüller abzustauben und das lohnt sich definitiv deswegen schaut es euch an schlag zu das war es auch schon wieder mit unserem meeple show special ich hoffe ihr hattet spaß und wir dürfen nächste woche wieder dabei sein wenn es heißt auf die meeple fertig danke jörg danke weekly board gamers ballroom show ihr wisst es ja die kickstarter news natürlich vom board gamers ballroom ja willkommen zurück zum aktuellen thema und zum aktuellen thema habe ich hier heute ice cool stehen und ich habe code names die schwarze edition hier steht warum habe ich die diese ist noch in wunderbarer schrinkfolie und code names und ice cool ist hier offen ja ähm that mountain ich habe schon verraten ein zuschauer hat mich gefragt wer bin ich eigentlich was mache ich in den usa und 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 der hat so einen ganzen fragen kanalow gemacht und ich habe schon versprochen that mountain ich möchte heute auf dich ganz speziell eingehen aber zu erst noch mal ganz kurz in der aktuellen stunde hier warum stehen diese beiden sachen hier ja ich habe mir gedacht meine coho's meine lieben coho's die machen jede woche was für euch und die geben sich so viel mühe ich möchte denen mal was zurückgeben und also habe ich mir überlegt dass ich jörg chris und tobi natürlich können sich die anderen auch etwas wünschen aber von euch habe ich schon einmal einen mehr oder weniger wunsch bekommen den ich raus gehört habe und für euch habe ich was gemacht für euch war ich unterwegs für tobi da habe ich mir quasi selber meine herausforderung ausgesucht ich habe gesagt klar ganz locker mal ich gehe ins pieces in unser brettspiel café hier in st louis ich war da und ich war da einmal nur für tobi und habe im winter schon einen kleinen film darüber gemacht den habe ich so ein bisschen geheim zurückgehalten damit ich erst so ein bisschen was habe aber letzten sonntag war ich da und ich war der große host des ersten ice cool tournaments hier in st louis gosh meine güte war ich stolz ich durfte das große ice cool tournament hier in st louis leiten und moderieren war das ihr könnt euch denken was er wollte naja darum steht das hier und für jörg war ich unterwegs und habe dieses code names black gekauft weil er sich das gewünscht hat und auch darüber habe ich einen kleinen film gemacht wo es das gibt wo ist das hier exklusiv gibt und ihr werdet ein wenig was von st louis kennenlernen und für chris war ich auch unterwegs für chris war ich unterwegs auf der suche nach dem ferris wheel oder aber auch dem riesenrad er hat nämlich da in der geschichtsstunde für die weltausstellung 18 93 94 schwamm drüber weiß ich jetzt auch nicht so genau drüber gesprochen ja und auch das habe ich diese drei videos die ich gemacht habe die werde ich demnächst und zusätzlich ein englisches turnier video noch von ice cool innerhalb der nächsten zwei wochen online einstellen und dann könnt ihr hier bei mir auf dem kanal die drei dankeschön videos an jörg an chris und an tobi sehen und für den rest der meeple show kohos also die würfel box aber natürlich auch die würfel werfer euch lade ich ein genauso übrigens natürlich wie stefan aus köln und oma euch lade ich ein schickt mir doch einfach ob ich irgendwas für euch tun kann und wie könnte ich es anders vergessen den ballroom natürlich ob ich etwas für euch tun kann ob ich ein kleines video für euch drehen darf und dann stelle ich das natürlich auch gerne für euch online ja gesagt getan mit den worten that mountain du musst dich noch kurz begnügen aber gleich siehst du die überleitung im spezialteil bis dahin übernehmen wie immer die würfelwerfer hier an der stelle den ganzen part und natürlich chris von viktoria kapata ich bin schon darauf gespannt was du dieses mal im küche hast also bis gleich meine lieben ich bin dann zurück also übernimmt ihr wir kommen zurück zurück zum wendor beginn diesen zorn mir an eine pistole ein würfel trifft eine 4 plus das war nix zweite aktion Erneuter Angriff, aber vorher kriegst du noch hier einen Lärmtoken, das war eine 6 Treffer. Noch ein Lärmtoken und mit der dritten Aktion läuft sie hier ein zurück. Dann haben wir den Phil, er greift diesen Zomber hier an, hat hier die Feuerwehr-Arzt, Nahkampfangriff, kein Lärm, trifft Ben A4 Plus und ein Würfel. Das war nichts. Zweite Aktion, erneuter Angriff, das war schon wieder nichts. Dritte Aktion, tauscht er die Feuerwehr-Arzt mit Duck, auf dem ich Schrotflinte, damit der Duck gleich im Nahkampf weitermachen kann. Als nächstes kommt Duck dran, trefft er auch die Zombies hier an. Eine 4 Treffer. Zweite Aktion, trefft er den letzten Zombie hier an. Er bekommt zwei Erfahrungspunkte für zwei Zombies. Und Winter hat hier auch einen erledigt. Er bekommt natürlich auch einen Erfahrungspunkt. Er wird jetzt die Türe aufmachen, macht aber einen Lärm. Ein Lärm-Token hier. Das öffnen die Türe. Nachdem die Türe geöffnet wurden, spawnen erstmal Zombies im Gebäude. Jetzt ziehen wir erstmal die erste Zombie-Karte. Wir befinden uns noch in der blauen Phase. Also, ein Zombie im ersten Raum. Schauen wir mal, was in dem Raum ist. Noch ein Zombie. Schauen wir mal, was in dem Raum hier ist. Zwei Zombies. So, ich möchte die Karten mal kurz durch. Dann gucken wir mal, was im letzten Raum spawnt. Noch ein Zombie. Ziemlich voll geworden da hinten. Moin Nils, moin liebe Zuschauer. Heute habe ich hier The King's Will von Hans-Peter Stoll. Vor kurzem erschienen bei ADC Blackfire Grafik von Harald Lieske. Ein Spiel für zwei bis vier Spieler. Das ist so, ja irgendwo so gehobenes Kennerspielniveau. Bis aber doch schon eigentlich auch Expertenniveau. Also, man muss ein bisschen überlegen und ein bisschen machen bei dem Spiel. Ab zehn Jahren ist das Ganze. 60 Minuten plus steht drauf. Und ja, das trifft es eigentlich auch ganz gut. So, wir sind Pfalzgrafen sozusagen. Und haben hier unsere kleine Pfalzgrafschaft, die im Laufe des Spiels ausgebaut wird. Mit verschiedenen Gebäuden, verschiedenen weiteren Geländetypen. Hier unten noch Spezialgebäude, die wieder Fähigkeiten ins Spiel bringen. Und das Kennzeichnende der Herrschaftssysteme, eben im 10. Jahrhundert, in dem wir uns hier befinden, ist das Reisekönigtum. Und hier haben wir Reiseplättchen. Denn der König reist rum. Von Pfalz zu Pfalz. Die Pfalzen standen in Essen, in Quedlinburg, in Magdeburg, im Harz. Und zwar war da viel so auf Reisen. Er war da auf Winterquartier, hat da Jagdurlaub gemacht und so weiter und so fort. Und dementsprechend wussten natürlich die Pfalzgrafen, der König steht ins Haus. Beziehungsweise nicht nur der König, sondern seine gesamte Hofstadt. Da war eine Kapelle dabei. Da waren Kaplane dabei. Da waren natürlich Bedienstete dabei, Soldaten und so weiter und so fort. Und die mussten versorgt werden. Also, König steht ins Haus. Beziehungsweise Königsbesuch steht ins Haus. Wir brauchen Nahrung. Wir brauchen Felle, beziehungsweise Leder und und und. Und alles, was der König eben will. Der King will oder das Königsbegehr sozusagen. Des Weiteren können wir eben hier ein bisschen das Ganze forcieren, indem wir unsere Nahrungsproduktion beziehungsweise Ressource Management und Gebäude bauen, hier so ein bisschen ankurbeln. Und das kommt eigentlich wunderbar thematisch rüber hier, finde ich, bei dem Spiel. Ich habe hier verschiedene Gebäude, die alles so zeitlich ganz gut in den Kontext passen. Und was es halt so gibt. Eine Gerberei, ein Hospital. Der Zehnkeller, einfach um die Sachen zu lagern, die der König einsacken will. Einfach so zu sagen. Und so weiter und so weiter. Und natürlich stellt der König auch Forderungen, wie so eine Pfalzgrafschaft denn eben auszusehen hat. Und dann haben wir hier eben verschiedene Kärtchen. Oh, die ist falsch rum. Zeigen wir mal. Das also eine bestimmte Anzahl Festungen da sein muss. Und schüttet dafür halt eben Siegpunkte aus. Das nur mal als Beispiel. Und das sind eben so verschiedene Forderungen, auf die sich die verschiedenen Pfalzgrafen zu dieser Zeit festgelegt haben in diesem Spiel. Und am Ende dafür eben Siegpunkte kassieren. Ja, einen Beinamen wie der Große, den bekommt man ja nicht von ungefähr. Und Otto hat ihn auch sogar noch zu Lebzeiten bekommen. Wurde also so genannt. Er hatte einen wichtigen militärischen Siegerungen gegen die Ungarn in der Gegend von Augsburg auf dem Lechfeld. Und die Ungarn zu dem Zeitpunkt noch so ein umherziehendes Reitervolk in Europa. Das teilweise auch wirklich Angst und Schrecken verbreitet hat. Und er somit das Leben für seine Bürger oder für sein Volk auch wesentlich sicherer gemacht hatte. 1955 wurde Otto zum Kaiser gekrönt, beziehungsweise auch gesalbt. Kaiser war ja dann auch was ebenso von Gott gegebenes. Deswegen wurde das alles ganz nach Hitos gesalbt. So wie bei Karl dem Großen legte er wohl auch Wert darauf, dass das relativ ähnlich alles ablief. Er hatte oft mit familiären Intrigen zu kämpfen im Vorfeld. Bis er seine Macht dann also praktisch etabliert hatte. Er hatte wirklich aus eigenen Reihen oder auch von anderen Fürsten, die da gegen ihn intrigiert haben, ganz einfach, er sich da also erstmal durchsetzen musste. Was ihm letztendlich aber ganz gut gelang. Und als Zweiter der Otonen da praktisch das Herrschergeschlecht ganz gut etablieren konnte. Wo sich immer noch so ein bisschen gestritten wird oder beziehungsweise wo es unterschiedliche Meinungen gibt, ist eben, sind die Otonen, Otto 1, 2, 3, vorher sein Vater Heinrich, eben sind das deutsche Kaiser, ist es das deutsche Reich oder ist es eher noch in der Nachfolgetradition vom Frankenreich, und das deutsche Reich in diesem Sinne in dem Fall eben noch nicht existent. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, das war The King's Will und ein bisschen was über Otto den Großen. Ich würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat und gebe jetzt einfach mal zurück zu Nils. Das war Chris, Victoria Pater. Besten Dank fürs Zuhören. Danke. Wunderbar. Ich kann es kaum glauben, dass ich euch schon seit 15 Folgen habe ich euch dabei. Unglaublich, oder? Es fühlt sich an wie gestern. Es fühlt sich an, als wenn ich Freunde habe seit Ewigkeiten, aber ich diese Show eigentlich erst seit gestern mache. Aber egal, jung und frisch sind wir hier noch bei der Meeple Show. So, Sepp Mountain, nun kommen wir zurück zu dir. Das ist so eine Art vorgezogenes Feedback. Ist es nicht ganz, weil ich gehe nur auf dich und speziell auf dich hier an dieser Stelle ein. Und das Feedback kommt dann wirklich im Feedback. Darum habe ich mir wie immer einen Zettel genommen und aufgeschrieben, was du geschrieben hast. Denn Bad Mountain hat mich gefragt, was mache ich hier eigentlich in Amerika? Was mache ich hier eigentlich? Warum sitze ich hier in St. Louis? Na klar, vor der Kamera für euch für die Meeple Show. So, aber ihr würdet gerne was über mich wissen. Jedenfalls hat Bad Mountain das gesagt und deswegen bin ich hier für euch. Also, heute mal eine kleine Geschichtsstunde, hallo Chris, über mich. Ja, und was mache ich denn so? Kurzer Abriss. Ich habe mein Leben lang in Norddeutschland, genau genommen in Bremen, in der wunderbaren Stadt der Bremer Stadtmusikanten, des Roland, des Weltkulturerbes, des Marktplatzes und natürlich von Becks wir gewohnt. Lange, lange Zeit habe ich dort verbracht und war, ja, man kann es kaum glauben, tagtäglich mit Anzug und Krawatte unterwegs im Büro. So kann man sich es einfach vorstellen. Irgendwann haben wir dann beschlossen, weil wir sehr, sehr, sehr gerne gereist sind, dass wir uns gerne mal ein bisschen mehr die Welt angucken wollen würden und gesagt, getan. Wir haben also beschlossen, in die weite Welt zu ziehen. Wir haben ein paar Bewerbungen geschrieben und zack, meine Frau hat in Kanada einen Job gekriegt. Hm, Kanada ist noch nicht ganz Amerika, kommen wir gleich zu. Ich habe dann beschlossen, Stay-at-home-Daddy zu werden, also erziehender Vater, aktiv erziehender Vater. Bin mit meiner kleinen Tochter zu Hause geblieben und, ja, so habe ich die ersten Monate in Kanada verbracht. Wie ihr es euch vorstellen könnt, ich war vorher schon, da nochmal kurz zurück, immer schon in Essen aktiv und habe dort für einen ganz, ganz großen deutschen Verlag, Asmodee, gearbeitet. Und in meiner charmanten Art die Leute, wenn sie ein schon vorbestelltes Spiel kaufen wollten und mit den Geldscheinen rumgewählt haben oder versucht haben mit mir zu feilschen über die Preise bei Asmodee, als wenn man das könnte am Stand. Aber gut, habe ich in meiner charmanten Art alle bedient. Eine großartige Zeit, ich hatte richtig viel Spaß da. Ich würde mal sagen, auch wenn das ein echt schweineanstrengender Job ist, acht Stunden, neun Stunden da am Verkaufsstand bei Asmodee zu stehen, das ist echt mal eine richtige Erinnerung. Erinnert ihr euch dran? Ja? Ja? Du erinnerst dich dran, oder? Ich war's. Genau, ich war's. Ich habe euch Eclipse verkauft und andere Kracher, Cold Express, alles das habe ich gemacht. Jawohl. Und ich war der, der in fünf Sprachen mit acht Leuten gleichzeitig das Geld hin und her getauscht hat. Ihr erinnert euch. Ja, also, auf jeden Fall, das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich sofort in Kanada geschlossen habe, Mensch, irgendwie lohnt es sich doch, das wiederzumachen. Dann habe ich so ein paar Kontakte spielen lassen und ein paar Firmen angeschrieben und zack, war ich auch wieder drin. Nun arbeite ich seit fast vier Jahren für einen amerikanischen Verlag hier in Amerika. Und, äh, ja, ich weiß nicht warum, aber irgendwie mögen die mich hier. Ähm, und schwupps bin ich jetzt quasi das Gesicht dieses Verlages. Also, sprich, auf jeder Convention, der unser Verlag hinfährt, das sind so ungefähr zehn Conventions im Jahr. Da kommen dann noch übrigens diese ganzen witzigen Badges her hier. Da fahre ich dann hin zur BGGCon, GenCon, Origins, Gathering, Geekway, zu all den Zuhausshows von Distributoren. Und da fahre ich hin und vertrete unsere Firma. Äh, diese Firma, mit der bin ich jetzt mittlerweile seit vier Jahren am Rumtingel. Ich leite den Stand, ich, äh, stelle die Leute ein für den Stand. Ich, äh, repräsentiere natürlich den Stand. Ich schließe ihn morgens auf und abends zu. Bin dafür zuständig, dass die Sachen dahin kommen und, 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 und. Und ich würde mich immer als das Gesicht der Firma bezeichnen. Denn mich kennt man, alle wissen, aha, der Typ in seinem blauen Hemd, der steht da dann tagtäglich. Ja, kleiner Verlag kennt man nicht so. Äh, doll hat Tesla vs. Edison hergestellt, hat ein paar Münzen hergestellt, hat ein paar richtig coole Geldscheine hergestellt. Stefan hat's ja schon, äh, vor zwei Wochen unser Papiergeld vorgestellt. Das kann man natürlich auch kaufen. Atana heißt die Firma. Und unser wohl bekanntestes Spiel ist Tesla vs. Edison. Aber wir haben auch Einstein und wir haben auch Tomorrow und so weiter und so fort. Das vertrete ich hier in Amerika. Ähm, ja, und ganz nebenbei, wirklich so ganz nebenbei, mache ich seit, äh, rund 14 Monaten den Chefeinkäufer für internationale Spiele. Für eine Firma, die heißt Manager Market. Das ist die, der zweitgrößte US-Verkäufer von Brettspielen. Gleich hinter Cool Stuff Inc. sind wir die Nummer 2, in manchen Produkten sogar die Nummer 1. Und wir haben vor 14 Monaten damit angefangen, internationale Spiele von Deutschland oder von überall aus Europa hier in die USA zu importieren. Spiele, die es nicht gibt. Und wer macht es? Ja. Also, That Mountain. Äh, damit habe ich eigentlich erklärt, was mache ich in Amerika? Ähm, womit verdiene ich hier mein Geld? Ähm. Bleiben andere Fragen, die du gestellt hast. Was mache ich eigentlich so an Spielegruppen? Ha! Und auch da mache ich ziemlich viel, ehrlich gesagt. Als wir nach Kanada gezogen sind, um nochmal wieder kurz zurückzuspringen, ich weiß, ich springe jetzt hier so ein bisschen in der Zeit heute, äh, macht aber nichts. Ähm, habe ich gedacht, naja, wie ticken die Nordamerikaner so und habe auf Board Game Geek einfach mal Leute kontaktiert, die dort in der Nähe wohnen. Und einer, der zurückgeschrieben hat, äh, heißt Cent von Lim. Äh, als der zurückgeschrieben hat, war ich noch in Deutschland und habe gesagt, ich komme bald, bla bla bla. Und dann waren wir da und mein Englisch war ja auch noch nicht so gut und da hat man so ein bisschen, da ist man so ein bisschen schüchtern. Und dann kennt ihr alle, ne? Kennt ihr, seid ihr wie ich. Und, ähm, ja, meine Frau hat mich dann so ein bisschen gedrängt an, wir sind glaube ich an einem, ich sag jetzt mal am Mittwoch da angekommen oder sowas und am Samstag, äh, hat sie mich gedrängt. Ja, Mensch, jetzt bist du schon ein paar Tage hier. Er hatte geschrieben, melde dich doch mal, hat es Sam gesagt, wenn ich da bin. Äh, und da hatten sie mich so ein bisschen gedrängt. Internet hatten wir gerade, äh, schreib ihm doch einfach mal eine Message. Und das habe ich dann gemacht, morgens, so um 10, halb 11. Und er sagt, weißt du was, heute Nachmittag ist ein Grillabend und, äh, Board Game spielen, komm doch um 3 vorbei. Ja, buchsvoll. Äh, ich da hin, äh, und zack, hatte ich meine erste Spielerunde. Wer jetzt nicht weiß, wer Sam von Lim ist, das macht überhaupt nichts. Äh, ich wusste das zu dem Zeitpunkt auch nicht, aber das ist ein ziemlich berühmter Spiele-Designer, der unter anderem Belfort gemacht hat, aber auch Junk Art, Actory oder wie auch immer das heißt, jetzt das Godfather bei IDW. Der hat ordentlich viele Spiele rausgebracht mit Jay Cormier, seinem Spiele-Erfindungspartner. Zack, war ich auch da drin. Hm, klingt irgendwie spannend, oder? Naja, und ich habe gedacht, was einmal geht, geht auch bevor wir nach St. Louis ziehen. Also habe ich, äh, bevor wir nach St. Louis ziehen, das gleiche nochmal gemacht. Und ihr werdet es kaum glauben, mit wem ich jeden Mittwochabend hier in St. Louis spiele. Ja, hier kommt nie drauf. Jamie Stagmeyer von Stonemeyer Games. Mr. Viticulture und Scythe und demnächst Charterstone. Meine wöchentliche Spielegruppe mit Jamie Stagmeyer. Das soll jetzt hier euch nicht irgendwie neidisch machen oder so, soll euch ermutigen, dass es geht. Schreibt Menschen, die ihr kennenlernen wollt, schreibt denen einfach mal. Und die meisten in dieser Industrie sind echt nette Menschen. Wirklich. Ja, glaubt es oder nicht. Am Donnerstag spiele ich dann übrigens jedes Mal mit Schülern der siebten und achten Klasse. Die haben ein Fach, glaubt auch das oder nicht. Das heißt Board Game Design. Und die Lehrerin hat mich eingeladen, immer donnerstags mit den Kindern zu spielen. Also gehe ich auch dort hin. So teste ich dann auch immer diese Spiele. Einmal mit Hardcore Game, einmal mit Kindern. Am Wochenende gibt es meistens noch eine Spielerunde. Ich habe also drei regelmäßige Spielrunden und ich bin sehr, sehr glücklich damit. Dead Mountain, jetzt kommt die Katze aus dem Sack. Der richtige Kracher, warum ich dieses ganze Spezial jetzt eigentlich mache. Die Katze aus dem Sack für euch alle Zuschauer, nicht nur für Dead Mountain. Und nach zwei Jahren hier in St. Louis ist unser Abenteuer in St. Louis zu Ende. Wir kommen zurück. Ab in die Heimat, meine Lieben. Ich komme zurück nach Deutschland. Dead Mountain wollte wissen, bin ich in Essen? Ja, natürlich bin ich in Essen. Denn in sechs oder acht Wochen ziehe ich von hier aus alle diese ganzen coolen Spiele. Ich habe noch keine Ahnung, was ich da mache, aber viele hoffe. Ich kann nicht mitnehmen. Ist aber auch eine kleine, leichte Frage. Egal, ab ins Flugzeug, alles eingepackt und dann, ja, dann geht es zurück in die Heimat, in die Heimatstadt, nach Bremen, zurück nach Bremen. Ich werde wieder ein Norddeutscher. Moin, sage ich nur. 100% Werder. Ja, ich meine, beste Rückrunde, ganz nebenbei übrigens. Aber dazu später mehr. Ja, ich komme wieder zurück nach Deutschland und ja, mal gucken, was ich dann alles so mache. Meine alte Gruppe, die ich am Montagabend, die Montags mit mir spielt, hat schon angekündigt, mit mir zu spielen. Christoph wohnt um die Ecke von Viktoria Barter, hat auch schon angekündigt, mit mir zu spielen. Ich werde also das eine oder andere spielen, aber ich möchte alle von euch haben. Ja, genau, alle von euch. Und ihr kennt das, im Spezialthema rufe ich darauf auf, mit euch zu diskutieren. Ich möchte dieses Mal, weil ich so persönlich war, dass ihr jetzt auch so persönlich seid. Nehmt ein kurzes Video auf, gerne mit dem Handy oder wie auch immer und erzählt, wer seid ihr, wo kommt ihr her, wie spielt ihr. Und hey, ihr könnt Teil dieser Show werden. Nicht nur das, ihr könnt sogar auch ein Segment kriegen. Denkt dran, Oma hat das mal gemacht mit Zombicide, mit der Zombicide-Ecke. Er hat das jetzt eingestellt, weil er traurigerweise nicht genug Mitspieler gefunden hat. Er ist jetzt da auch ein wenig geknickt, der Arme. Danke übrigens nochmal, Oma. Aber ich freue mich, wenn du wiederkommst mit einer neuen Idee vielleicht. Aber egal, ich würde von euch dieses Mal im Spezialthema gerne wissen. Dieses Mal keine Diskussion. Dieses Mal schickt mir ein kurzes 2-Minütchen-1-Minute-Video. Wer seid ihr? Zeigt mir euer Gesicht. Deutschland zeigt das Gesicht. Und wo kommt ihr her? Also aus welchem Großraum? Und was sind eure Spielrunden? Das alles zusammen. Reicht doch schon, oder? Auf den ganzen anderen, den du da noch geschrieben hast, mit den Foren, bla bla bla. Ich habe jetzt so lange schon geredet. Ich möchte jetzt eigentlich wieder an meine Kurs abgeben. An die Würfelbox. Und natürlich Tobi, den Brettspiel-Hero. Sei mir nicht böse, Zed Mountain. Aber sonst wird das ja auch ein langweiliger, einstündiger Monolog von mir. Also, auf zu euch, zur Box, zu Tobi. Und wir sehen uns dann wieder mit dem Feedback. Aber bis dahin, komm. Schnack dir ein wenig. Bis dahin, alles Gute. Herzlich Willkommen bei Top of the Box. Ich bin der Markus. Ich bin die Kathi. Wir sind von der Würfelbox. Und wir stellen euch wieder unser jeweiligen Top-Favorit zu einem ganz speziellen, teilweise außergewöhnlichen Thema vor. Heute sicherlich. Und zwar geht es heute um Metagames. Also Spiele über Spiele. Also anders gesagt, Brettspiele, die wiederum Brettspiele oder andere Spielfunktionen als Thema besitzen. Genau. Und konkreter darunter was vorstellen könnt ihr euch bestimmt, wenn ich einfach mal anfange mit meinem Vorschlag. Es ist Millennium Play. Es ist ein Kickstarter-Projekt von Level 99 Games. Also leider nur im Englischen. Und es geht darum, ja im Endeffekt die Welt des Trading Card Games zu simulieren. Das fängt an beim Einkaufen, beim Tauschen, beim Deckbau. Aber bis hin auch zur Turnierphase. Das Besondere ist, dass das Spiel in zwei Phasen aufgeteilt ist. In der ersten Phase geht es eben darum, sich Karten auf dem Markt zu kaufen, mit anderen Spielern zu tauschen, sich Accessoires zu holen für das Deck und eben auch so ein Deck zu bauen, Sammlungen zu erstellen. Also wirklich alles, was man sich unter so einem klassischen Trading Card Game eigentlich vorstellen und wünschen würde. Und in der zweiten Phase gibt es dann eben ein kleines Turnier, wo man die gekauften Karten eben spielt. Das Besondere ist, es gibt jetzt auch eine kooperative Erweiterung. Das heißt, dass die Spieler dann eben, das bleibt zwar alles sehr ähnlich, aber die Spieler spielen dann halt gegen ein sozusagen Boss-Deck zusammen und versuchen das halt dann in der Turnierphase zu besiegen. Ja, wirklich tolle Wahl. Vor allem, dass eins meiner Favoriten von aller Zeiten ist. Jetzt wäre es langweilig, dass ich das Gleiche nochmal vorstellen würde. Deswegen habe ich ein anderes Spiel dabei, was mir ebenfalls sehr gut gefällt. Das ist das Spiel Roleplayer, auch nur im Englischen erschienen. Es geht dabei darum, dass man sich einen Rollenspiel-Charakter, wie man ihn zum Beispiel aus Dungeon & Dragon oder DSA kennt, erstellt. Das heißt, es hat natürlich thematisch ein Würfelmechanismus, also ein Würfelspiel prinzipiell, aber gleichzeitig noch so ein gewisses Auktions- oder Draft-Spiel, könnte man sogar sagen, weil man verschiedene Würfel sich ergattern muss, um dann die einzelnen Attribute seines Charakters, wie Stärke, Intelligenz oder Charisma nach oben zu leveln. Und man versucht auch noch gleichzeitig seine Hintergrundgeschichte zu erfüllen, beziehungsweise auf einem Raster von Gut oder Böse, beziehungsweise Gerechtigkeitsliebend oder Chaotisch sich richtig einzuordnen, um am Ende die meisten Siegpunkte zu bekommen. Thematisch wirklich top, weil es auch vom Namen her genau das umsetzt, was man erwartet. Roleplayer, also ich errolle mir meinen Spieler oder würfle mir meinen Spieler. Ja, das waren unsere Vorschläge zum Thema Metagames. Ein außergewöhnliches Thema, was es in der aktuellen Brettspielwelt relativ selten gibt, weil es natürlich auch schwer umzusetzen ist. Geben wir natürlich ganz ernst und ehrlich zu, aber wir würden uns freuen, wenn es demnächst natürlich noch mehr solcher Spiele gibt, weil man natürlich damit gleich die Spieler mehr begeistern kann, finde ich. Hallo Nils, mein Kumpel Chui und ich freuen uns schon wieder auf den neuen Meeple Show. Zwei Wochen schon wieder, Wahnsinn. Dann kommt die Erweiterung. Invaders from a Far. Anleitung, auch hier natürlich. Meeple, Steckerädchen. Auch Albion bekommt seinen eigenen Meeple. Noch zwei abgecredited Token für den Siebenspielerbetrieb. Und hier die Mechs und Anführer der beiden neuen Clans. Alles in einem schönen Karton. Aber alles in einem Extrakarton. Aber hierfür gibt es ja Gott sei Dank eine Lösung. Von Broken Token kam die Tage ein Inlay an. Das packt mir doch direkt mal aus. Tadaa. Broken Token liefert wieder mal eine super Lösung, um das Spiel in einem Karton zu bekommen. Alles ordentlich aufzuräumen. Und der Aufbau geht um einiges schneller. Ich werde versuchen, bei Gelegenheit, das zusammengebaute Inlay nachzuliefern. So sieht es im Moment aus, wenn alles eingeräumt ist. Der Deckel geht zwar zu, aber ich habe noch einen zweiten Karton. Mit Mechs, Token, Anleitung, Anleitung. Ja gut. Das ist so alles in eine Schachtel. Das war es schon für heute. Damit zurück zu dir Nils nach, St. Louis. Hallo Nils, hallo liebe Brettspielfreunde. Ich bin's, Tobi, der Brettspiel-Hero. Heute habe ich euch Swordlands mitgebracht. Und das ist eben ja ein Brettspiel mit einem richtig guten Kartenmechanismus. Und genau das ist ja, was ich sehr, sehr liebe. Und den werde ich euch jetzt vorstellen. Die Spieler spielen eine der sechs Überlebenden einer postapokalyptischen Welt. Jeder dieser Charakter besitzt unterschiedliche Ausrüstungen und Fähigkeiten im Spiel. Das Spiel hat einen simplen Windbewegungsmechanismus, der reale Segelprinzipien folgt. Die Geschwindigkeit ist abhängig von der Stärke und Richtung des Windes. Es ist nicht möglich, direkt gegen den Wind anzufahren, sodass Zickzack-Manöver nötig sein können, um zu gewünschten Ziel zu kommen. Die Charaktere haben von Geheimnis um witteren Orten gehört, die ein sicheres Leben weit abseits des Raubzüge der Plünderer und der Gesetzlosen ermöglichen sollen. Um den Pfad zu diesem Ort zu finden, müssen die Überlebenden sich auf ein, ja, entbehrungsreiche Reise durch die Swordlands machen und dabei Gerüchte und Informationen über diese Orte sammeln. Wenn genügend Informationen gesammelt wurden, werden die Wege zu dem Ort enthüllt. Dabei entscheidet jeder Spieler, der einen Hinweis findet, wie dieser sich auf den gesuchten Ausweg auswirkt. Die Überlebenden versuchen auf der Suche nach Gerüchten und den sicheren Zufluchtsorten neue Ausrüstung zu finden und weitere Überleben einzusammeln, um so lange wie möglich gegen die Riders sich wehren zu können. Die Riders verfolgen immer das nächste gelegene Ziel und greifen an, wenn sie aufgeholt haben. Jeder Spieler muss am Ende seiner Runde einer der Raiders auswählen, die sich noch nicht bewegt haben und dies auf den nächsten Ziel zubewegen. Dadurch wird die Reihenfolge der Raiders entschieden. Durch die Entscheidung, welche Gesetzlosen aktiviert werden, können Mitspieler behindert oder unterstützt werden. Stetig müssen die Spieler entscheiden, ob sie mit den Raiders kämpfen oder von ihnen fliehen wollen. Wenn sie besiegt werden, können ihre Fahrzeuge und die beste Ausrüstung im Spiel benutzt werden. Die Auswege zu den Zufluchtsorten müssen so schnell es geht gefunden werden oder das Ende kommt eher als erwartet, denn das Spiel geht über sechs Runden und wenn man bis dahin den Zufluchtsort nicht gefunden hat, hat man das Spiel verloren. Ja, das gehört jetzt zu meinen aktuellen Lieblingsspielen und habe das in der letzten Zeit auch richtig krass getestet und es hat einfach auch Spaß gemacht. Es gibt sehr viele Spielmodis, es gibt Schwierigkeitsstufen und sehr viele Charaktere und all diese Kombinationen macht das Spiel eben so abwechslungsreich. Dazu gibt es noch ein modulares Spielfeld, Plättchen, die zufällig gezogen werden, eine Wetterphase, wo das Wetter sich verändert und Gerüchtekarten, wo eben das Ziel sich permanent verändert und man am Anfang noch gar nicht weiß, wohin die Reise geht. All das macht es eben so spannend, es ist sehr interaktiv und der Kartenmechanismus und das Artwork, das haben mich eben überzeugt. Wenn ihr jetzt wissen wollt, wie das Spiel richtig funktioniert, den lade ich herzlich zu meinem Kanal ein, denn da habe ich ein richtiges Regel-Review-Video dazu gemacht und dann könnt ihr genau sehen, wie das Spiel funktioniert, wie es sich anfühlt und ob das was für euch ist. Ansonsten bekommt ihr das eben bei der Spieleoffensive und ich kann es euch auf jeden Fall wärmsten empfehlen. Und ich freue mich, euch in zwei Wochen wiederzusehen. Euer Tobi, der Brashby Hero. Bye, bye! Menschenskinder aus Tobi, Boxler, ihr habt's echt drauf. Ja, ich bin selber noch etwas geflasht von meinem wirklich doch eben persönlichen, sehr, sehr, sehr persönlichen Ausflug im Spezialthema. Jetzt aber zurück zu euch zum Feedback. Und nochmal als Einladung zum Feedback für das nächste Mal. Bitte, 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 schickt kleine Videoschnipsel ein. Ich würde mich freuen, hier jetzt an dieser Stelle mal aus, sonst als nächstes mal nicht zu reden zur 16. Folge, sondern dann einfach 5, 6, 7 kleine Schnipsel Hintern an da wegzuschneiden mit vielen Gesichtern. Das schneide ich dann irgendwie süß zusammen und schön zusammen und hoffe, dass ihr dabei seid. Jetzt aber direkt zum Feedback eurer letzten Show, nämlich zum Organized Play. Und ich war ganz überrascht. Ich war ganz überrascht über euer Feedback. Ich hatte ehrlich gesagt gedacht, es gibt ein paar mehr mit Biss, aber das große, überragende Thema war, eigentlich spielt ihr alle aus Spaß, was man ja so als Floskel auch immer gerne sagt. Aber wenn es dann doch zum Punkt kommt, habe ich das irgendwie ein bisschen anders eingeschätzt. Fehleinschätzung, vielleicht, weil das hier in Amerika so ist, weiß ich nicht genau. Ich habe mich dennoch sehr gefreut über eure Rückmeldungen. Von den Mäusels immer wunderbar. Die schreiben immer viel, das liebe ich. Behaltet es bei, bitte, bitte, bitte. Dafür komme ich ja auch übrigens zu euch, ne? Ihr wohnt ja gar nicht so weit weg, wenn ich das richtig weiß. Also, ihr habt schon Agricola und auf den Spuren von Marco Polo gespielt auf Turnieren. Und wenn ich das so richtig rausgehört habe, fandet ihr das auch ganz gut. Würdet aber nur noch Spiele spielen, wo euch die Spiele auch richtig Spaß machen. Und natürlich auch, wo der Spaß im Vordergrund steht. Kann ich absolut verstehen. Würde ich auch. Ich würde auch nicht an irgendeinem Turnier teilnehmen für zum Beispiel Dice Masters oder Machi Koro. Zwei Spiele, die ich jetzt persönlich nicht so gern mag. Von euch würde ich allerdings auch noch gerne wissen, was ist denn eine Anachronie-Party? Habe ich noch nicht gehört. Ist das irgendwas Cooles? Muss ich das wissen? Ansonsten verspreche ich euch, Mäusels, wir sehen uns, wenn ich zurück bin in Bremen. Ja, gleich um die Ecke. Eine Stunde, 1,20 von euch entfernt, wenn ich das richtig weiß. Autofahren, für hier, für Amerika, sagt man um die Ecke. Ludensorium sagt, Turniere sind nicht so sein Ding. Organized Play, ihm fehlt einfach der Spaß daran. Klar, kann ich verstehen. Ich hatte ehrlich gesagt an den Turnieren, an denen ich teilgenommen habe, immer sehr viel Spaß. Aber das hängt sicherlich sehr, sehr stark an den Mitspielern. Bad Mountain, ja, auf dich bin ich ja jetzt eigentlich schon mehr als eingegangen. Zum Thema Organized Play hast du nichts gesagt. Die Fuchsfamilie nehmen gerne auf Spieletagen an Turnieren teil und machen das so, wenn ich das richtig rausgehört habe, regelmäßig. Zum Beispiel haben die schon bei Dominion teilgenommen oder anderen Spielen von Zoch. Und Zoch veranstaltet das auch in regelmäßiger Umgebung. Beate Heinke würde gerne, hat aber einen Punkt ins Feld geführt, den ich sehr interessant finde. Nämlich Zeit. Sie hat gesagt, wenn ich so zu Spieletagen fahre und sowas, dann möchte ich die Zeit eigentlich damit nutzen, mir neue Sachen anzugucken, neue Sachen auszuprobieren und nicht an einem Turnier teilzunehmen. Und da ist mir doch glatt ein Gedanke gekommen, Beate, den ich absolut nachvollziehen kann. Diese Deutschen, und das soll überhaupt nicht hochnäsig oder anders klingen oder sowas, aber deutsche und amerikanische Veranstaltungen, Conventions, Messen sind was komplett anderes. Deutsche machen morgens um 10 Uhr aus, von abends um 6 Uhr zu. Hier in Amerika spielt man in der Regel 24 Stunden. Das geht dann 4 Tage lang, schließt man sich ein in einem Convention Center oder einem Hotel und das wird dann genau 4 Tage komplett durchgespielt. Also wirklich, glaubt es oder nicht, das sind dann 96 Stunden am Stück spielen. Ja, klingt irre, ist aber so. Da hat man natürlich viel mehr Zeit. Das kostet allerdings auch immer in der Regel dann immer etwas mehr. Da kostet sowas dann schon mal die Teilnahmegebühr, kostet dann sozusagen so um die 80 Dollar meistens. Und man muss natürlich auch noch irgendwie ein Hotelzimmer da haben. Sonst kann man da ja nicht bleiben. Ähm, ja, Kira hat ebenfalls das Zeitproblem angesprochen. Und wie gesagt, das fand ich auch schon bei Beate relativ spannend. Ähm, ja, da muss sich so ein Verlag einfach auch irgendwas einfallen lassen, ne? Also wie er das löst. Also, da kann man ja vielleicht dann morgens nicht, äh, wenn man die Tore nur von 10 bis, äh, 6 aufmacht, nicht auch noch 5 Stunden davon für ein Turnier verbringen, wenn man nur einen Tag hinfährt. Das stimmt natürlich. Irgendwie. Hm, ja. Irgendwie auch komisch. Aber vielleicht ja eher lokale, kleinere Turniere in der eigenen Stadt. Nun, da kommen dann natürlich Leute zu kurz, die auf dem Land wohnen. Aber es ist ja vielleicht auch okay, wenn man eine Stunde in die Stadt reinfährt. Was weiß ich, nach Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin, Hamburg, Bremen, Hannover, äh, und so weiter, um dort dann ein Turnier zu spielen. Das ist ja vielleicht okay. Okay. Kira fand übrigens die Idee des Boardgame-Blitzes ganz interessant. Ich hab das mal im Hinterkopf, Kira. Ich komm ja zurück nach Deutschland, mal gucken. Na, man weiß ja nie. Ja, und Tron spielt, äh, Spiel, äh, Turniere eher nicht, weil er dort der Meinung ist, dass der Spaß verloren geht. Er hat lieber gesellige Runden. Was ich übrigens im Grunde nach komplett verstehe, Tron, denn auch ich spiele sehr, sehr gerne in meinen Spielerunden. Ich hab euch ja eben schon erklärt, ähm, im sehr persönlichen Spezialthema heute, was ich für Spielerunden habe. Da spiele ich am liebsten, sitze mit meinen Freunden um den Tisch und genieße die Zeit. Aber auch so Conventions spiele ich auch schon mal gerne Turniere. Aber wie gesagt, das sieht es bei uns auch so, dass du eben vier Tage am Stück Conventions hast. Und vier Tage am Stück heißt wirklich viermal 24 Stunden. Da hat man dann auch Zeit für so ein Turnier. Ja, danke an euch wieder einmal für dieses tolle Feedback. Ich freue mich immer darauf. Diese Interaktion mit euch, das ist echt bombastisch. Ich lerne so viel von euch, von euch als Zuschauer, und ich kann jeden nur auffordern, schreibt mir, mailt mir, sendet mir Videoschnipsel, macht was, interagiert mit mir. Ihr seht ja, ihr kriegt auch von mir noch eine Reaktion, eine Antwort. Ich schreibe auch jedem in der Regel brav, wenn ich es denn mitkriege. Manche Sachen löscht übrigens YouTube. Falls ihr euch fragt, warum das nie auftaucht, das filtert dann YouTube raus als Spam oder was auch immer. Aber wenn es durchkommt, dann spreche ich mit euch darüber, weil, ganz ehrlich, ich möchte wissen, wer ihr seid. Ihr seht mich jede zwei Wochen. Ihr seht die Chorus alle zwei Wochen. Ihr kennt euch, aber wir kennen euch nicht. Und wir wollen euch kennenlernen. Ihr seid die, warum wir das machen. In diesem Sinne, das war es auch schon wieder. Das war Meeple Show Nummer 15. Vielen Dank fürs Zuschauen, meine Lieben. Wir sehen uns alle wieder in genau zwei Wochen. Ich verspreche euch, dass ich da wieder da bin. Und wie wir dann den Übergang, den Rüberflug kriegen, vielleicht also von hier nach Deutschland, und ob es dann ein bisschen holprig wird mit alle zwei Wochen eine Meeple Show, oder ob ich eine mal verschieben lasse, oder mal eine kurze mache. Schwammbrühe ist ja noch ein bisschen hin. Bis dahin, würde ich sagen, sehen wir uns in genau zwei Wochen. Und ich glaube, ich habe schon eine schöne Überraschung für die 16. Meeple Show auf Lager. Aber ich will noch nicht viel dazu sagen. Nur so viel. Ich hatte das mal angekündigt, vor sechs oder sieben Shows hatte ich mal eine Umfrage gemacht, zu was ganz Spannendem. Und vielleicht ist da was drin. In diesem Sinne, bis bald. Euer Nils von Zürichls Brettspiele. Und wir sehen uns wieder. Und alle meine Coos natürlich auch. Bis dahin. Alles Gute. Viel Spaß. Tschüss. 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 Tschüss.